Hast du keine Angst vor Dieben? Vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knöppel. Ein bisschen dünn, findest du nicht? Aber... Ich hab hier was für dich. Aha. Besser. Ich danke dir. Moment mal, was ist hiermit? Hm, besser. Das ist großartig. Ja, ja, groß und dick. Ich danke dir jedenfalls. Klar, ich helfe gern.